so leute wir müssen jetzt so wir haben jetzt so einen dicken gegner da noch kriegt und den machen wir jetzt als erstes weg wir müssen aber aufpassen der eine typ der patrouilliert ja ja noch 84 meter deswegen gehen wir jetzt hier lang ist aber dahinter damit kommt hier lang langsam dunkel da ist auch gut so hier haben wir gleich eine richtig schöne schussposition wenn der typ um die ecke kommt wechsel die knarre auf sniper wenn der gleich um die ecke kommen hol ich mir den ich kümmere mich dann die letzte fläche um den auf dem dach hier mit denen ich markiert habe habt ihr verstanden ich schieße gleich aufpassen 3 2 1 dahinter war noch einer der hat gesehen hat da ist noch ein sniper er hat aber nur das gehört aber wenn wir den von der straße weg hatte da rinnt noch einer rum da ist noch jemand den könnte ich auch weg machen wer warte der dicke ist oder beine nein ich gucke doch in der ganz anderen richtung ich mache den weg ganz ruhig wenn ihr den dicken weg machen können macht den weg gerade mal nicht hat den dicken schon da steht genau vor der alarm alarm sich ist da und man schießt den noch ab das war nicht der dicke ja sicher nein das war der dicke der dicke ist glaube ich schon dann habe ich jetzt gerade weg gemacht ihr habt schussfreigabe alles was ich will ich weg machen verstanden kräftige ja ok war schneller da hinten ist noch was der steht er ruhig gut konzentrieren der sniper von da oben weg ja den habe ich weggemacht ok langsam vorrücken drei vorrücken ja erstmal einsammeln nimm die scale punkte mit miri vorrücken die wissen zwar dass wir da sind aber die wissen nicht wo was auch bleibt ihr eben hier ich gebe überhaupt da drüben auch was grünes ja dann kommt man mit dahinten ist ein sniper habt ihr die scale punkte mitgenommen da wird mir nichts angezeigt ja hier wo ich stehe ich habe da nur muni alle hier hoch aufs dach von da kommen die sniper weg mann weißt du wo und auch hier ist noch einmal information müssen wir einsammeln auch hier ist noch einer ja ganz ruhig leute erledigt ich nehme informationen mal ok raus hier wieder und zwar hier nichts ne ich habe ich noch was grün kommt raus hier ja wir müssen aufs dach und da kommen die sniper weg machen bevor ja scheiße ist natürlich genau verdeckt war ja klar komm mal nicht ran darf noch einmal drohne steigen da unten sind noch immer da ist noch ein snipe achte zwei sniper haben wir noch vor uns hier ist noch ein dicker hier ist noch ein dicker geht ihr den wie gesagt ich habe da noch was grünes ja wo denn wo ist das denn halb so halb rechts von uns warte ist jetzt noch mal hier wo ne das war nicht ganz kann ich nicht anmarkieren scheiße aber die richtung stimmt ungefähr aber mehr bei uns hier hinter dem hohen gebäude hier rechts ok pass auf wenn wir hinter uns nichts mehr zu holen haben wenn da nichts mehr ist kann da mal rüber fliegen aber ich glaube da ist nichts mehr hier ist glaube ich alles sauber soweit hier ist noch einmal information da müssten wir noch hin dann ist hier nichts mehr kreisel einmal hier ist noch information zu holen da müssen wir noch hin ja wir haben noch einen ziemlich großen gang zu machen da wollen wir mal eben runter gehen ob wir das grüne mitnehmen können ja hier könnt ihr schon mal gehen weil wenn dann alle zusammen wir haben ja nicht angezeigt hat grüne ja aber dass sie dann den rückraum absichern ja warte ich komme mit alles klar los vorwärts und zwar also da liegt das direkt zwölf ich hab's da hinten ok der sniper ist da hinten also los vorwärts halt euch den rücken frei du hast hier nichts ach doch da ist noch was ja ja jetzt sehe ich's auch ok ich hab's passt auf ich hole ne schuhe warte ich komm zu euch ok ich hab's auch da ist der dicke scheiße kommt er der ist hier bei mir wo war der denn gerade gesehen hier ist blind oder was ja ja ist egal der ist ja hinter dem gebäude der ist hinter dem da und ja 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 der entfernt sich jetzt kommt er hier rum es guckt auch mehr ecke ich wechsle die waffe ja weil sie sind sie ist nicht alleine da sind mal zwei bei also wenn ich mal so leicht da hat er nicht gesehen hier liegt auch was ist denn los jetzt ist er da und beim zweiten schuss du musst eben beim ersten schuss musst du den helmen oder ballern und der zweite schuss sitzt dann aber es ist scheiße wenn die anderen sehen aber da kommt einer jetzt hinterm gebäude nicht vorrücken vorrücken los was auch den sniper auf weiter 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 oder hat aber irgendeiner blaues gedroppt habe euch dann alles was hier liegt und dann machen wir den typen weg der gleich um die ecke kommt ist so eine kiste ist holen wir gleich weiter 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 hat mir gar keiner was gesagt dass sie an hinter mir stand wenn du guckst auch nicht ich hab doch ich hab doch gezielt aber ganz ruhig leute läuft doch alles mit der ruhe keine hektik ja ich komme gleich rein das stimmt allerdings auch keine munition und ob der dick ist hier über der brücke drüber wie man es jetzt ist er tot und ich habe mal einen moment ist auch keiner mehr frage sondern die kiste hier mit ich könnte ein sniper weg machen ein kommandant und ein schützer habe ich noch könnte ein sniper weg machen siehst du ja wenn ihr mir sagt frei dann mache ich es ich weiß nicht ob da noch mehr sind die wir jetzt nur nicht sehen nach dann lasse ich das ist einfach zu vorsichtig nein aber in einer patrouille sie sind nicht risikoreich los die kiste mitnehmen zack zack habe ich die kiste rechts über der brücke ein sergeant ein schützer ja schlappen uns gleich müssten gleich noch einmal die drohne fliegen lassen damit waren genau überblick kriegen die die ich dann wir noch haben okay ich glaube ich die kiste zack zack das ist das gebäude wo der sniper oben am dach aber ich schon also viereck sind immer sniper ja ich kriege jetzt zwei snipers angezeigt ok was heißt viereck dieses dieses einmal 306 meter und einmal in die andere richtung wichtig wichtig ist ja dass wir nachher die alles noch einsam von informationen was hier gibt wieso ist denn jetzt hier wieder was blaues auf meiner minimap scheiße irgendwas übersehen beim einsammeln scheiße ja das bleibt doch da liegen das holen wir gleich ja ja wenn wir hier nochmal hinkommen garantiert ähm ja gibt es hier eine möglichkeit irgendwie hoch zu kommen weil ich doof finde ist dass die türen alle zu sind das nervt mich ein bisschen ja ja zumindest ähm kommt mal mit wir gehen jetzt erstmal hier rum und holen jetzt erstmal die eine information die hier vorne liegt haltet die augen offen vorsicht irgendwo war der sniper der ist dahinten der ist dahinten auf äh ja auf 200 252 meter ja nicht gerade aus sondern rechts ist auch noch einer ach ja auch stimmt der ist aber hinter dem gebäude ja ok vorrücken und alles einsam kann sein dass ihm im haus noch einer drin ist pass auf ich räume den mal eben weg hier ja weil der liegt hier ein bisschen scheiße haltet mir mal den rücken frei bitte ich werde ihn jetzt mal eben hinten irgendwo abschmeißen nimmst du den anderen auch mal den dicken hier will ich noch einer wir müssen wir hier irgendwo ablegen hier erstmal damit den keiner sieht den dicken königern nicht tragen ja dann lass ihn liegen ich sicher mal eben hier ab wo haben sie hingelegt hier können sie auch wenn sie mal ein bisschen gucken würden ne ich hab schon gefunden äh wir können sie hoch gehen hier ist eine leite ja ich geh rauf ok guck mir das mal von oben an mhm so dann schauen wir doch mal wie sieht's denn aus mit dem sniper da hinten krieg ich den von hier aus oder krieg ich den nicht lass mich gucken ja ist ja noch weiter entfernt ich lass mal drohne ja noch höher geht nicht scheiße muss ich mal kurz rauch hä oh von gerade aus kommt einer der der patrouille läuft gut dass wir die weggepackt haben wenn der alleine ist feuer frei ah kein freies sichtfeld wir haben feindkontakt down danke der erste schuss hat es wohl am zaun hängen geblieben hol den mal da weg ich vermisse gerade den zweiten sniper oder war der das nee nee das war der der unten patrouille gelaufen ist hier ist jetzt keiner mehr aber wo ist der sniper verdammt nochmal können die mich sehen der ähm dieser wie du gerade sagt dieser sergeant ne und der sniper die stehen jetzt unten am gebäude nicht mehr im gebäude der eine ist der sergeant der über der ja genau der steht vor dem gebäude genau der sein sniper auch mir wird der neue schütze angezeigt da ist egal ja aber da steht zwei einmal sergeant und naja ich suche gerade das helipad ich finde das helipad nicht hier ist noch eine drohne sicherheitsdrohne ja da müsst ihr aufpassen aber die kann man ja mit drei schüsse weg machen die kommt in unsere richtung ich sehe sie noch nicht auf der minimap kannst die mal markieren hab ich doch ok von wo kommt die denn jetzt vom die wird hier doch angezeigt als dreieck als fliegendes dreieck im kreisdruck da ja wenn die hier rüber kommen weg machen dann kommt die jetzt rüber seht ihr die mhm sehen tust du hier aber ist noch hinterm gebäude ist sie ja ich glaube auch dass sie dahinter bleiben wird mhm die zuckt auch ein bisschen rum ich guck jetzt mal ob ich sie erwischen kann ich hab jetzt freie schussbahn was ne die fliegt immer nur hin und her ja alles gut brauchen wir uns nicht rum zu kümmern wo ist die scheiß leiter hier ach da ok ich komm runter jep alles klar ok dahin habt ihr die information noch nicht eingesammelt hier ich hab keine gegenüber von uns oder von mir muss einmal hier rein in das Haus da waren wir doch gerade drin da war ich würde sie so gerne erschießen jetzt gleich aber ich kann nicht das gesetz das gesetz das gesetz verbietet mir das ok karte aktualisiert ok super so jetzt konzentration wie gehen wir jetzt vor das ist wichtig für die nächsten aktionen pass auf hier draußen fliegt ihr rollt nur so ein ding rum das müssen wir weg machen ich hab das mal eben gemacht ja ok danke guck jetzt ob ich den typen da hinten kriege ich könnte ihn kriegen ich glaube nicht dass du ihn kriegen könntest 192 meter doch den meinst du doch ne genau den für den Kopfschutz aber ich weiß nicht ob da noch einer bei ist ja pass auf dann lass mich dann miri ja siehst du jemanden da ja dann ist da auch keiner euer freigabe warte ich ziel jetzt auch mhm um zur not den schuss setzen zu können ja miri dann go ok sehr schön sauberer schuss ich probier mal eben was aus einmal zu mir bitte mhm alle drei zu mir wenn du jetzt da runter guckst wo der typ steht die können wir beide weg machen seht ihr die seht ihr die nein von hier her ja da kommt die position mensch ja guck jetzt darüber ich schalte um auf wärmebild ich kann den sergeant weg machen könnte ich auch ja bereit miri kannst du den anderen weg machen warte ach da kann ich so lange warten ja ich könnte den ja der andere wir beide schießen jetzt auf den sergeant und miri schießt auf den typen ok bereit 3 2 1 schuss nice beide weg ja schön so gefällt mir das ok wir müssen darüber leute wir haben hier die gefahr eigentlich weg ok dann gehen wir rüber ab ins wasser und das geht das war saubere arbeit ja die war richtig gut die entfernung 193 meter das war nicht stimmt für stimmen habt ihr gesagt geht zum arzt wenn er bei dir soweit ist einmal drohne ich schicke drohne da ist ne kiste mit dem zivilisten drin scheiß drauf da ist noch ein schütze ja der bewegt sich ne ja ich geh mal in deckung hier da ist noch ein punkt oh scheiße der typ der kommt jetzt in die richtung wo die anderen liegen ja dann schießt ihn doch ab wir sind doch in der nähe ich sehe ihn nicht du musst ihn doch auch nicht mach doch nicht immer so eine panik ey ich hab kein freies schutzfeld aber ich weil ich gehe da jetzt hin kommen sie mit kackt man sich da in der hose der geht da in die richtung dann schießen wir den ab kümmert ihr euch um die informationen ich kümmere mich um den typen mhm seid ihr bereit und er legt sich hin er schläft ich will ihnen nichts tun und noch so ne so ne komische wenn sie mir helfen ich brauche infos ok hier ist was ich komm zu ruhig danke das weiß ich zu schätzen mp5 ok ich muss auch noch einsammeln wenn wir hier liegen lassen oder weg schlägt da ein bisschen weg würde ich sagen ich nehme einen mit ich weiß mal hier ins gebüsch komm mal her läch dich mal hier hin mal soll ja keiner sehen wir liegen nicht mal hier am baum da wo du immer hin wolltest Lkw wird mir angezeigt mhm das ist aber außerhalb ok vor allem sind noch scale punkte aber wir müssen oh da sind wieder zwei jo hat leider gerade geschossen können wir die weg machen von hier aus ne sind zu weit sind zu weit weg ne ja was ja das geht dich nicht an das sind 3 das sind 3 das sind 3 3 mhm aber hier vorne wir stehen vor scale points sollen wir die mitnehmen äh das fahrzeug kommt jetzt hier vorne vorbeigefahren Deco weil ich fahre nur dahinten lang komm doch nicht hier lang ok na 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 wir nehmen jetzt noch die scale points mit mhm heute da seid ihr noch dabei und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder genau die soll sich mal beruhigen ey los mit dem hier oben das gebäude wär geil zum snipern ne mhm mhm ok sammeln ein bingy mhm hab ich also so weit weg sind die Typen gar nicht ne mhm aber ich hab auch muss ich ganz ehrlich sagen das ist schon ein bisschen komisch naja 250 meter ist schon ne Menge naja wohl ok ja dann sind die weit weg aber der adam smith bezirk achso da haben wir noch aber die frage ist aber die frage ist müssen wir ja ja doch die informationen aber ist schon komisch ne wir können ja nicht hier alle punkte freimachen ja das werden wir aber wahrscheinlich müssen mhm hm gehört ja dazu wenn wir jetzt nochmal die karte kurz aufmachen wir haben jetzt drei drei punkte den islandbezirk die gelb leuchten wieder die sind neu dazugekommen sind bei mir nicht mehr bei mir nicht mehr winter lake einkaufsstraße ein also da sind noch einige punkte die wir machen müssen hm behaupte ich jetzt einfach mal aber das seht ihr beim nächsten mal Leute stool taxi das ist die karte aus genau am nächsten mal bis heim noch tsch χ Tschau.